Liebe Freunde, wir sind schon in die Bank. Servus! Hallo! Herzlich willkommen! Wir treffen unsere Freunde aus Rottweil zum traditionellen Treffen. Wir treffen uns traditionell mit den Kameraden der Feuerwehr Rottweil. Das beruht auf einer langen Beziehung, jährlich treffen wir uns, tauschen uns aus, besichtigen was, sitzen zusammen und pflegen einfach die Kameradschaft. Also nicht nur Feuerwehr ist ein Teil der großen Städtepartnerschaft Brug-Rottweil, aber es gibt noch viele, viele Verbindungen bis hin zu einzelnen privaten Familienverbindungen. Heute haben wir Highlight am Morgen die Besichtigung der Baustelle für den neuen Bahntunnel durch den Bötzberg. Ich finde, das ist eine beeindruckende Baustelle, eine Baustelle nach Schweizer Präzision, muss man einfach sagen. Ich finde das sehr wichtig, dass eben auch über Generationen hinweg solche Bräuche, das ist ja schon Brauch, gepflegt werden. Und vor allen Dingen freut mich das auch heute, dass hier viele junge Leute mit dabei sind, dass es auch weitergeht mit dieser Freundschaft. Und das sind einfach Verbindungen über Landesgrenzen hinweg, Regierungsbezirksgrenzen hinweg, einfach freilbe kameradschaftliche Treffen und Freundschaften, die sich aber ja auch noch in vielen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen fortsetzt. Du hast miteinander finite. Du hast von dem Merkur. Kollege 2017, uns immer fragt. Ja! Um du hast du mehr als duين ja auch, weil du diesen Freundschaft mit eingefassen, und deswegen denen auch Leute ein bisschen beeindrucken! Und das ist das有趣, was in der Verifikation zu Endeffektiongely societat. ademische. Erinnerungst die Zeitpunkt spielt einfachen und Eiweifolution. Erinnerung. Ich war zu normal.